Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 15 hier beim Lazio Rom, nachdem wir ja nach unserer Härte-Saison gewechselt sind, trotz merkwürdiger Probleme, denn eigentlich sollte ich jetzt Olympique Millon, die Geschichte möge der ein oder andere von euch vielleicht schon kennen. Nichtsdestotrotz, ja, bin ich jetzt wie gesagt in Italien in der Serie A gelandet bei Lazio Rom, bin bis jetzt eigentlich durchaus zufrieden, wenn wir mal die Tabelle sehen, fünfter Platz nach vier Spielen mit neun Punkten, das ist durchaus zufriedenstellend. Vor uns Inter, Roma, Fiorendena und ich glaube der AC Mailand, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall spiele ich jetzt gegen AC Mailand und das bedeutet für uns natürlich wieder, dass wir die Möglichkeit bekommen, da ranzukommen. Perea wurde wieder ausgewechselt nach dem letzten starken Spiel von Kempel. Mit zwei Toren und zwar Assist ist das für mich keine Frage, dass sie da spielt. Greco spielt auf jeden Fall für Werner, denn der ist momentan ja nicht ganz auf der Höhe. Vielleicht hat er Probleme mit der italienischen Spielweise, man weiß es nicht. Er kommt ja aus Deutschland, von Stuttgart glaube ich war es und Sabata. Ja und mal sehen, vielleicht braucht er ein, zwei Spiele, denn darf er natürlich wieder spielen und dann sollte er, ja, wieder vielleicht auf den Dampfer sein, hoffe ich jedenfalls. Schöne Möglichkeit, sie kommen relativ schnell, relativ weit nach vorne, Möglichkeit Kempel, nein. Der Winkel war zu spitz, da ist die Verteidigung vor Kempel da, trotz seiner Geschwindigkeit. Ah, Devril. Ah, was für ein schöner Pass auf Kanderewa. Kempel. Kempel passt nach unten und nein, gegen die Latte. Hughes haut das Ding volles Pfund, war es Hughes? Ich glaube ja. Hughes oder Bigley, ja, ich weiß es nicht. Haut das Pfund, den Ball da volles Pfund gegen den Pfosten. Ah, toll. Devril, schöner Körpereinsatz, hier holt sich den Ball und dann so ein Pass. Unglaublich, der Junge. Bigley, ja, schön gemacht. Ah, ja. Der Pass von Kempel, der war etwas zu, ja, euphorisch. Na, komm schon. Also Mailand, ich tue mich schwer. Gute Abwehr hier. Den Angriff, den konnten sie Gott sei Dank noch nicht testen. Ah, Marc Chetty, hier holt sich den Ball aus der Luft, sehr schön. Ach, komm schon, Leute. Unglaublich viele Fehlpässe heute. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Irgendwas hat ihm nicht gepasst. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was es ist. Oh, ja. Da hat nicht viel gefehlt, um auf den Fuß von ihm zu kommen. Kempel, schön gemacht. Jetzt Vorteil angezeigt für Lazio Rom. Kempel düst hier durchs Feld. Ui, 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 ui. Und Wurtar zu Boden gebracht. Aber fair. Menes. Ball ist weg. Kandreva holt sich gleich nochmal den Ball. Und jetzt der Pass wieder auf Kempel. Na, kriegt er den noch? Ne, kriegt er nicht. Selbst der schnelle Kempel kriegt diesen Ball nicht mehr. Pass etwas zu scharf geschossen. Jetzt aber Kempel. Na, 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 na. Und Puli. Klärt den Ball ins Aus. Wenn auch unabsichtlich. Kius. Schöner Pass. Pass auf Kempel. Und, ah, da ist der Torwart wachsam. Lopez. Schnappt sich den Ball frühzeitig und beendet damit die Chance. Torres. Ist ja natürlich auch eine Mannschaft gewesen, wo ich sehr gerne hingegangen wäre. AC Mailand. Rami. Ja, und Kempel versucht sich da den Ball zu schnappen. Hat allerdings körperlich, ja, das Nachliegen. Jetzt hat er sich den Ball geschnappt und sprintet hier wieder übers Feld. Schuss und Möglichkeit. Ui, ui, ui. Kempel fällt über den Torwart und ja, der Ball wurde ins ausgeklärt zum Einwurf. Schöne Chance. Und Lopez da richtig gut gehalten hat. Da richtig Glanztat vollbracht. Ach, komm schon. Ball wird irgendwie abgefälscht. Ärgerlich. Schöne Chance hier für Lazio Rom, die jetzt langsam zunehmend ein bisschen mehr Druck machen. Zwei gute Chancen gehabt haben. Durch Kempel. Und sie suchen auch immer wieder Kempel. Es ist unglaublich, wie viel Vertrauen der Mann jetzt schon genießt. Ach, schade. Schöner Pass auf Fuse. Und jetzt der Gegenangriff. Eingeleitet durch Poli auf Torres. Fernando Torres. Oh, Schiedsrichter pfeift nicht. Alles in Ordnung, sagt er. Ich war mir da nicht ganz so sicher. Hartes Einsteigen von Hughes, glaube ich, war es. Oh, kriegt er den Pass? Ja, Ulysee kriegt den Pass. Oh. Ui, faul. Das muss mir ein faul geben. Das war zu viel, das Grutenfreund. Das war etwas zu viel, Körpereinsatz. Äh. Fragezeichen? Wo ist denn der da hingegangen? Ja, Freunde, das muss ich nicht ganz verstehen. Ihr habt es gesehen. Ich wollte eigentlich rechts an der Mauer vorbeipassen und irgendwie hat das Ganze nichts geklappt. Auf jeden Fall die Statistik. 3 zu 0 Schüsse oder 2 zu 0 Schüsse aufs Tor für uns. 49 zu 51 Prozent Ballbesitz. Das Ganze also relativ ausgeglichen. Obwohl ich mir sicher bin, dass AC Meiland sicherlich den stärkeren Kader hat. Von daher kann ich ganz zufrieden sein momentan mit der Leistung. Oh, oh, Möglichkeit hier Torres. Torres Schuss und Machchetti schnappt sich den Ball. Keita Kempel Ah, schade. Kandreva wird gestoppt. Mit einer Grätsche. Ah, Annahmefehler von Kempel. Dadurch vertingelt er den Ball und dadurch der AC Meiland nun wieder im Ballbesitz. Poli. Alles läuft über Poli. Schöner Pass. Aber ich glaube, ja. Sehr schön. Den kriegen wir. Den haben wir gekriegt, sagen wir es so. Hughes, der Pass nach vorne. Keita. Keita ist schneller, rein theoretisch, als sein Gegner. Aber der setzt den Körper besser ein. Einwurf relativ nah am gegnerischen Tor. Könnte gefährlich werden. Ah, aber Kempel, wieder. Da fehlt ihm noch so ein bisschen die Erfahrung. Aber das kommt sicherlich in den nächsten Jahren. Also ich glaube da wirklich, dass das ein richtig guter Spieler werden kann. Ah, nee. Der passt zu. Warum haben wir den jetzt geklärt? Verdammter Mist. Das kann definitiv ein guter Spieler werden. Auf jeden Fall. Kempel. Und auch Ulysses sieht sehr gut aus. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Zweikampf, sehr starker Spieler. Flügelstark, schnell, beweglich. Alles, was ein Flügelspieler braucht, beziehungsweise was ein Mittelfeldspieler braucht. Ah, und wieder Kempel mit dem Ballverlust. Ja, sein größtes Manko ist wirklich seine, seine Körperstatur, denn die ist nun absolut sehr, sehr schmächtig. und dadurch, ja, wurde er leicht zu Boden gebracht. Oh, schöner Pass auf Keita. Was macht Keita? Keita fummelt sich hier durch. Keita, Schuss und Tor 1 zu 0, Lazio Rom. Lazio Rom geht hier in der 68. Minute in Führung. Durch Keita, wunderschöner Pass auf ihn. Ich weiß gar nicht von wem, aber auf jeden Fall hat er seine Chance wirklich brillant genutzt. Das war die Nummer 5. Es war Biglir? Ich glaube, es war Biglir mit dem Fass. Ich weiß es nicht, Freunde, aber egal. Spielt keine Rolle. Das Ding sitzt, Baldi, Diau, Keita, drittes Tor in der Serie A. Er macht sich, er macht sich. Und das, obwohl er nur ein Mittelfeldspieler ist. Oh, da hat er sich verletzt. Spieler von AC Meilern bleibt am Boden liegen. Ah, steht jetzt aber langsam wieder auf. Ah, der Pass, der ist nix. Lopez schnappt ihn sich an der Strafraumgrenze. Schöner Pass auf Campbell, der jetzt mal nach außen zieht. Ah, schade, schön gedacht. Von Campbell. Ja, wie gesagt, ihm fehlt ja noch so ein bisschen die Routine. Aber ich denke mal, zum nächsten Jahr hin kann aus dem Jungen was richtig Gutes werden. Und hier haben wir eine neue Chance, eine neue Superchance, Möglichkeit und Lopez mit einer Glanztart. Absolut wunderbare Parade. Unglaublicher Goldie. Guckt euch das an. Zack. Und da ist er mit der Hand noch drin. Ansonsten wäre er richtig schön oben ins Dreihangel gegangen. Nice. Ecke wie kurz, äh, wieder kurz ausgeführt. Pass auf Jus, Schuss aus der Ecke, äh, aus der, aus dem, und, ach ne, dafür ist er zu klein. Campbell verliert. Natürlich, das Kaufverduell. Oh, und jetzt wurde es gefertigt. Passani, eher Passini. Schöne Flanke, aber da ist die Abwehr von Lazio zur Stelle. Na, na, hoch da, Ding. Biglia, schöner Pass, aber diesmal kommt er nicht an. Ja, und Biglia ist die Nummer 5, das heißt, er war derjenige. Biglia Schuss und, ah, übers Tor, Freunde, und jetzt fällt mir gerade auch ein, beziehungsweise, jetzt will ich Biglia schnell auswechseln, denn, der Mannes Team nicht angeschlagen. Und ich möchte ja nicht, dass er sich verletzt. 90. Minute, das Spiel eigentlich schon vorbei. Lazio führt nach wie vor 1 zu 0 durch das Tor von Keita. Vorbereitet durch Biglia, der gerade rausgegangen ist, und ja. Ja, gibt hier nochmal Freistoß für den AC Milan. Schöne Chance, ja, verlängert der Kopfball, aber kein Problem für Machetti. Oh, und dann kriegt jetzt Lazio sogar nochmal die Chance. Keita hier mit dem Sprint. Ah, na, das kriegt er nicht. Oh! Und dieser Zweikampf war in Ordnung, sagt der Schiedsrichter, bin ich nicht mit einem verstanden, aber ist auch vollkommen egal. Wir haben gewonnen, 1 zu 0 gegen AC Milan. Wie gesagt, durch das Tor von Keita, vorbereitet durch Biglia. Es hätte höher kommen können, und, ja, dass es nicht so gekommen ist, das kann man Lopez verdanken, der ein gutes Spiel gemacht hat, der echt schön gehalten hat. Hier sehen wir nochmal die Chance. von Hughes relativ früh am Anfang des Spiels oder hier die Parade gegen Campbell. Ja, nur mit dem Tore schießen hat es dann nicht so geklappt. Nichtsdestotrotz. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen, sage, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero. Ciao!